Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der American Acadia. Angeblich werden hier keine Leute ermordet, sondern irgendwas anderes geschieht mit ihnen. Behauptet zumindestens die gute alte Dame hier vorne. Wir werden es jetzt herausfinden vermutlich. All Arcadia-born citizens require stage technicians, supervisors, camera-tracking 24-7, in short, lots of money. And unpopular citizens, like you or Gus, are just not profitable. So we just need to retire you guys from the show, but not the kind of retirement you're thinking of. You see, the Arcadia Edge isn't actually a travel grant, but rather a relocation program. Edge is our brand new housing community at the edge of the Arcadia Dome. Gus is living there now. But of course we needed the travel grant thing so we could remove a few citizens without everybody in Arcadia beginning to ask questions. That's where we were going to take you, after giving you a nice compensation package for all the inconvenience. Mhm, 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 okay. But nobody told me that. You ran away when we were going to explain everything to you. I was just... they told me I had to escape. Ah, of course. They... What is it then with? The Arcadia Dome is a major infrastructure under 24-7 surveillance, heavily guarded with multiple security measures. And only I can turn them down. So, the only way to escape from Arcadia is by pressing a failsafe button in my penthouse at the top of the Arcadia Spire, that only I have access to. No matter what they have told you, that isn't happening, Trevor. Mhm, mhm, okay. Is this gelogen? Is this the right? So, I'm trapped in here. No, 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 this is not a prison. We can't keep you here against your will. But you just said that I can't get out. No, no, I said you can't escape. Of course you can get out. How am I... with those... noises, I can barely move when I hear those things. Oh, you mean the realignment jingle. Yes. That is one of the... security measures I mentioned. You've been conditioned to recognize an acoustic pattern to... provide you with an extreme sensation of well-being and comfort. You brainwashed me! Absolutely not. You were born with it. Like any other Arcadian citizen in the last 30 years. And you've been hearing it throughout your whole life. Hmm. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Anyway, long story short, we can remove the jingle from you. We'll just take you to a realignment booth and you'll be free of it in a matter of seconds. Lügt sie? Will sie uns da nur reinschleusen? In Sicherheit wiegen? Und uns da rumbringen? But first, we need you to comply with a few things. Oh, of course. By signing this agreement here, you refused... Wait, 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 wait. You really think that I'm going to trust you blindly after everything you've done to me? You just told me that I've been a damn Pavlov's dog my whole life and you expect me to let you guys scramble my brains again? No way. Screw that! I know, this is not an easy decision, Trevor. But I have not told you a single lie. They, on the other hand, cannot say the same thing. Take your time, okay? Whenever you're ready. Die ist mir ein bisschen zu freundlich. Guck, was war das für ein Spruch? Look, I know you can hear me. I'm not even gonna read this piece of crap. Ja, du wirst es irgendwann lesen, weil die lassen sich da stundenlang drin. Forget about it. I'm not doing it. You hear me? Let me out of here. Let me out! So, nächste Einbleitung sitzt da auf dem Stuhl und da schließt das Ding. Oder überlässt du. Eins von beiden. Na, komm. Gleich aber. Jetzt aber. Los, komm. Ah, noch nicht. Okay, äh. Are you really gonna let me rot in here? You can't keep me in here forever. Da wär ich mir nicht so sicher. Aha. Da liest das. Hm. Alles kam auf mich auf den Moment. Ich war bereit, zu signieren und es zu Ende zu bekommen. Okay, das heißt wir unterschreiben jetzt, oder was? Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, ne? Na gut, dann unterschreiben wir. Aha, Angela. Äh. Ja, was passiert jetzt hier? Ah, okay, wir spielen jetzt Ihre Seite quasi in der Zwischenzeit. Also zwischen den zwei und den vier Stunden. Ja, aber was ist der Plan jetzt bitte? Ja gut. Mal ein bisschen rausgucken, vielleicht sehen wir ihn ja. Wollen wir das Haus verlassen? Das ist der fucking Plan. Äh, ja, wir müssen jetzt mal anfangen, wie? Äh, okay, wir müssen mal anfangen. Oh, er ist alive! Er ist alive! Oh, danke Gott! Wer hat das? War es uns? Natürlich war es uns, Kopacks. Sie wollten Trevor zu sein, gut. Jetzt alle wissen ihn, in und aus der Arcadie. Aber wo ist er jetzt? Wenn er noch nicht in der Arcadie ist, muss man ihn finden müssen, muss man ihn finden können. Vielleicht. Aber wir müssen den Hexagon abonnieren. Ich kann innen. Vielleicht kann ich Trevor von da und dann gehen... Nicht even denken, Kopacks. Der Hexagon ist nicht wie in einer anderen Walton-Media-Bildung. Wir sprechen über den Nerve-Center-Arcadie. Wir sprechen über die riesige Sicherheitsverletzungen. Wir sprechen über... Ich werde es tun. Mit oder ohne deine Hilfe, Nummer 6. Ah. Okay, gut. Aber ich werde mit dir, guider dich durch den ganzen Prozess. Copy? Copy das. Okay. Wenn etwas falsch ist, dann erinnern Sie uns nicht. Sie haben uns nie gehört. Spare mir die Lektion. Ich wusste was ich für das, was ich für den Breakout gewinnt. So, ja. Going to the Hexagon war meine Idee. Well, kind of. Und heute, ich still wonder, ob das ein bolder oder ein stupider Weg war. Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Alles, was zu betrachten. Und hier, Gott, dann. Okay, spielen wir jetzt sie und der... Oh, dieses Blizzard wird jetzt peinlich. Ich bin hier in der Mitte. Ich schreibe hier. Du leidest mich, Kovacs? Mit ein wenig Stattik, wegen meiner alten Kopfhäuser, aber ich kann Sie hören. Gut. Jetzt, schau mal. Du bist in front of one of the back-entrances to the Hexagon. The staff here uses a special secure digital card to access the place. You will find one in the back alley inside a metallic box. Okay. Metallkiste, Metallkiste, Hinterhof. Wie zufällig? Nein. Ist auch keine Kiste, ist eher ein Schrank. Äh, ein alter Fernseher. Na, wo bist du? An welchem Ende hast du dich versteckt? Hm, warte mal, kann man da hoch? Nein, sie kann gar nicht springen, okay. Hey, es ist das Arcadia 6-Sign, mit all deinen Namen geschrieben. Hm, dann ist das wohl ein Zeichen. Ja. Ganz unauffällig auf jeden Fall. Wie hast du dir geschafft, deine Hande an diesem Karten zu bekommen? Das war eine Kombination von sozialen Engineering, Monaten von Decrypting-Code und ein bisschen puren Blick. Wir haben es für eine besondere Beweise gelegt, aber wenn wir uns heute verraten haben, dann ist das sicher. So, dann lassen wir hier reingehen. So, dann lassen wir hier auf den Hexagon, alle nennen für geometrische Formen. Ihr SD-Cart schafft ihr nur die Basis-Level, die Triangle. Du wirst nicht zu weit weg mit dem, was das. Okay. So, wie soll ich dann finden, Trever zu finden, dann? Wir haben ein paar extra zu deinem SD-Cart. Mhm. One von ihnen ist ein Homebrew-Software, das kann man benutzen, um die Angelegenheit zu verraten, und um die Angelegenheit zu verraten, um die Angelegenheit zu verraten. Okay. Ah ja, ich bin gespannt. Einmal bitte aufmachen. Danke sehr. Wo ist man? Hier sind, warum sind hier eigentlich keine Leute? Ein bisschen weird. Dass hier niemand ist. Aber okay. Wir schauen uns erstmal hier oben um, würde ich sagen. Hat das bestimmt gewährt, was? Ne, ach so, da steht das Symbol. Okay. Hm. So, was haben wir denn hier? Da kommen wir nicht rein. Kommen wir hier rein? Nein, da ist einfach nur eine Zutür. Also. Aber wie können wir da rein? Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Da unten können wir eventuell rein gehen. Ja, das sieht gut aus. Würde es quasi so umgehen, ne? Oh, verdammt. Do I really have to get inside that vent? Looks like it. Oh, es rein da. Stell dich nicht so an. But, I can't look at my phone in here. How the hell am I going to avoid those sensors? Try to guide yourself with the sound, Kovacs. Hm. Gehen wir mal hier lang. Braucht diese Saison gar nicht. Ich vertraue einfach meiner Intuition. Das war das richtige Wort. Gar kein Problem. Hier gehen wir auf jeden Fall rechts. Das kann nur richtig sein. Da kann nichts schief gehen. Okay. Möglicherweise auch nicht. Hab mich kurzzeitig vertraut. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir auf gar keinen Fall lang. Wir gehen hier lang. Dann gehen wir rechts und dann links. Bin ich mir ganz sicher. Rechts. Gut. Doch nicht. Da war ich ein bisschen schnell. Oh, eigentlich. So. Okay. Wenn wir jetzt von hier nach da gelaufen. Das hätten wir aber auch so hinbekommen. Äh. Ich sehe keine Kameras in hier. Wartig. Und du siehst nicht. Unsere Intel sagt, sie haben keine Kameras in einem Hexagon. Wir wissen nicht die Grunde dafür. Eine kommt zu mir. Was sie hier machen. Walton Media will das nicht auf Rekord. In any way. Ich habe das nicht gedacht. Ich kann es nicht mehr. Was? Ich glaube, es ist einiges. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Es kann es nicht mehr. Was war es nicht mehr. Es kann eigentlich alles. Okay, warum ist der... Oh, ja, komm. Junge, das geht aber teilweise schnell. Das geht ja teilweise fix as fuck. Entschuldigung, bitte drücken. Okay, dann versuchen wir es mal hier irgendwie so. Oh ja. Okay. Nein. Nein. Können wir hier gar nicht durch? So, jetzt gleich mal ein bisschen irgendwie hier sein. Okay. Oh Gott. Also. Rechts, links, rechts. Trali, Trala, wir müssen uns da durchschlängen. Also, lass uns nochmal hier lang gehen. Ähm, wir gehen quasi hier lang. Bis... Bis zum Anfang des ersten Schildes. Dann gehen wir hier rüber. Gehen... Welche T's? Was erzählte? Gehen bis ans Ende von hier. Gehen dann hier rüber, vermutlich. Ja. Okay. Ja. Okay. Ich finde, da raus gehen wir dann so schräg. Ja, 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 genau. Da gehen wir dann so schräg. Okay, also. Ganz einfach eigentlich. Hier hin. Äh. Oh Gott. Bis hier hin. Und dann da rüber. Ja. Genau. Dann hier lang. Bis an das Ende. Bis da hinten rüber. Ja. Ja. War ein bisschen weit hier. Okay. Also, das schaffen wir. No problem. So. Hallo. So, also. Äh. Wir gehen bis an das Schild hier vorne. Los, 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 los. Gehen dann hier rüber. Gehen dann hier. Gehen dann hier. Ich glaube nicht, müssen wir ein bisschen rennen, was? Gehen dann hier. Gehen dann hier. Easy going. Ah, endlich. Ich bin drin. Nice. So, dann überschreiben oder was? Was ist denn hier los? Warum liegt hier so viel Papier rum? Auch gern so einen krassen Server-Lum zu Hause. Obwohl, eigentlich nicht. Was soll ich damit? Das klingt einfach, aber wie soll ich das tun? Du musst auf den Button pressen, um die Positionen der beiden geometrieischen Formen. Es ist nicht so schwer. Oula. Was soll ich mal? Was ist hier? Ah, dammit, w-w-w-what the- You will make it eventually. Do not get nervous. Quatsch mich mal nicht so voll. War gar kein Problem für mich. Vivian Walton surprised everyone a few hours ago with this live statement, following the leak of images of one of its citizens fleeing the show. Oh, ha ha. I have to admit, I'm enjoying doing my bit to wipe that creepy smile off her face. In light of the dissemination of the unauthorized images of the citizen of Arcadia, Trevor Hills, Walton Media feels compelled to issue this statement. We categorically deny all information that has been made public about the circumstances surrounding Trevor Hills' so-called escape. Mhm. Such information, which is clearly intended to damage Walton Media's good reputation, lacks the slightest hint of veracity. Walton Media and the American Arcadia Team have taken every measure to ensure Mr. Hills' physical well-being. Na klar. Tomorrow at 8 p.m. there will be an official live appearance, clarifying everything that happened regarding the behavior of our citizen. This appearance will include the testimony of Trevor Hills himself. Thank you. Trevor Hills himself? Na klar. Na, da bin ich aber gespannt. Na, da bin ich aber gespannt. Ja, die hat auch ganz schön versucht uns einzubringen. Na, da bin ich aber selts. Na, da bin Nonrange. Na, was passiert? Na,pyken! They're down here. We need to go. Now! Konacs, they found us. What? Who? Walton Media's goons of course. They must be tracking us somehow. Everybody gear up because we are out in five! Listen we have to go now. I will get in touch with you again as soon as we reach a safe spot. Uh okay, okay! Konacs, find Trevor and get him out. Guys make sure we leave no trail behind us. From now on you are on your own. Wir sind auf uns allein gestellt, würde ich sagen. Naja, dann schauen wir doch mal. Okay, also hier oben sind wir durch. Dann brauchen wir wieder runter. Beziehungsweise, ich denke mal, wir müssen da in den nächsten Raum rein. Nicht schleichen. Den Rennen bitte. Was ist denn da eigentlich? Okay. Alles klar. Halt mit waschen gedacht. Ach nee, nicht hier. Ach komm, wir wollen. Bisschen unnötig. Oben hätte er, unten hätte er auch gereicht. Also, dann müssen wir erstmal rüber in den anderen Raum. Würde ich doch mal ganz klar behaupten. War eigentlich eh mitzurechnen. Die Röhre mit dem roten Licht sah schon so uneinladend aus. Statt hier sind wir gekommen. Also hier erstmal hoch. Hier kriegen wir wahrscheinlich ein weiteres Freigabes-Symbol. Genau. Hier wären wir vorher eh nicht reingekommen, aber jetzt können wir. So, gut. Wir brauchen dieses Symbol. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hier irgendwo finden. Wieder so ne schickke Kleine. Gott sei Dank. Das wär auch nicht so schön gewohnt. So. Einmal durch den kleinen Lüftungsschacht wieder durch. Ist das jetzt auch wieder so ne Unkodierungsmaschine, die wir suchen, oder? Suchen wir hier was anderes? Oh, hier sind sogar diesmal echt Leute. Oh, das sieht aus. Interessant. Oh, sieht aus. Ich habe mich in das Walton-Media-Illuminati-Mpeting. Und guck mal, wer hier steht. Hallo, meine dritten Amerikanischen參 sympatze. Es ist so schön, dass sich alle hier sehen, zu zeigen. Hallo, Vivienne. Erstens wissen wir, dass was morgen passiert, wird wichtig für die Zukunft der Walton-Media und Amerikanischen Arcadia sein. Also, meine Dank für alle von Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, danke, Vivian. Pathetisch. Du bist zu nett, Kendra. Ich bin nicht verdammt. Auf eine andere Seite, ich habe mit Trevor gesprochen, und ich bin überzeugt, dass er zu sein wird. Sooner als später, ich hoffe. Und als er erneut, wir bringen ihn in eine Re-Alignment-Boot, und... ... alles wird bereit. Re-Alignment-Boot? Was? Was ist diese... Anpassungsmaschine? Oh, mein Gott. Direkt? Das ist doch durch den Fernseher. Was erzählst du da? Ja, ähm... Anpassungs... äh... Maschine. Ist das so ein Gehirnwaschending, oder was? Oh, oh, oh. Das wird nicht gut ausgehen. Für unseren Freund Trevor, wenn wir ihn dann nicht rausholen. So, äh... Wo muss ich denn hin? Auch da einmal rum, oder was? Gut, dass die uns auch überhaupt nicht sehen. Weil wir auch hier völlig unauffällig hier sind, auf diesen Glaspaneelen. Niemand würde uns hier jemals entdecken. Das ist eigentlich quasi auch nicht möglich. Die können uns nicht sehen. Das geht nicht, ne? Gut, dann einmal bitte hier wieder raus. Verdammt. Nummer 6 war richtig. Ich weiß nicht, was ein Realignment-Boot ist, aber... ... es riecht von Gehirnwaschenden. Hm, ich knüpfe dich. Oh, Vivian wirklich ist die Evelbitch Supreme. Ich hätte besser hurry und find das Access-Machine-Thingy, bevor Trevor nichts schreibt. Das Access-Level-Device ist da drin. Gut. Let's go! Hey, dieses Gewicht funktioniert anders. Also... Was muss ich jetzt tun? Ähm... Äh... Okay. Äh, bitte was? Reset. 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 Okay. Moment, ich bin ein bisschen irritiert gerade. Also, gut, das ist klar. Wenn ich hier drauf drücke, springt das da rüber. Okay, hab ich verstanden. Aber wie kriegt man's zurück? Uh! What the fuck, war das jetzt? Okay, warte mal. Na, jetzt... Hm... Okay... So, und wenn ich das... Moment, also, warte mal. So, jetzt können wir doch das dahin springen lassen. Okay. Müssen wir das, äh, allen vorspringen lassen? Was mache ich falsch? Springen... Ne. Warte mal, so geht's nicht. Ähm... Ne. Reset bitte einmal. Wir müssen den noch da wegkriegen. Warte, ähm... Wir hätten hier wen hinmachen müssen. Ah, warte mal. Gott. Das ist ja echt verwirrend. So. Jetzt warte mal. So. So. Jetzt... haben wir ihn da hin. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Gott, ich hab's nicht. Das geht's auch nicht, ne? Das Problem ist, dass man die auch nicht zurück machen kann, oder so, ne? Also, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, was wir eben hatten. So, pass auf. Und jetzt muss... Ne, das war schon wieder falsch. So. Er muss jetzt einen weiter. Er muss auch einen... Ne. Ne, 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 ne. Ich check's noch nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal rüber. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir erst einen weiter, oder lassen den einen rüber? Wenn wir einen weiter gehen, könnte der da hinspringen. Ich glaub, wir machen's so. Ne, das war falsch. Hey. Ich hab' mir grad'n bisschen, äh... Bisschen, ähm... Irritiert. Ja, das bringt uns ja so nix. Okay. Wir kümmern uns in der nächsten Folge um das Rätsel. Ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ähm, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Rätsel hier gelöst wird. Wenn ihr wisst, wie's geht, schreibt's gerne in die Kommentare. Ähm, ja. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.